Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Wellmann und ich grüße dich. Herzlich Willkommen bei diesem Video und zu einer Kurzvorstellung zu meiner Person und zu meinem beruflichen Wirken. Mein Schwerpunktthema ist das Thema Berufung, Lebensaufgabe. Das bedeutet konkret, ich begleite Menschen auf dem Weg der eigenen Berufung, Entfaltung der eigenen Lebensaufgabe. Für mich ist das ein ganzheitliches Thema und da meine ich wirklich ganzheitlich, wirklich im Sinne von Arbeiten auf allen drei Bereichen, nämlich Körper, Geist und Seele. Weil ich finde, gerade wenn wir von dem Thema Berufung sprechen, da kann ich nicht nur, ich sage jetzt mal, diese mentalen Themen durchgehen, sondern unser Körper ist zum Beispiel ja unser Tempel für unseren Geist und unsere Seele. Und wenn ich dieses Thema Berufung angehe, also dem inneren Ruf zu folgen, dann kann ich zum Beispiel dieses Thema des Körpers nicht außer Acht lassen, genauso wie die Seele auch nicht, ja, und auch den mentalen Bereich. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, diese drei Bereiche zu kombinieren. Sprich, dementsprechend sind meine ganzen Coachings, meine Workshops, Seminare, Webinare, auch mein Buch. Dieser ganzheitliche Aspekt ist sozusagen der Kern des Ganzen. Und mir ist auch besonders wichtig, Folgendes klarzumachen, egal wer zu mir kommt, ich werde nie sagen, tu das oder das oder das, weil ich nämlich ja eine ganz einfache Einstellung habe, dass alle Antworten, die du brauchst in deinem Leben, die hast du alle in dir. Alle, ausnahmslos. Ich bin nicht da, um dir zu sagen, was du tun sollst. Ich bin nur da, um dir eine gewisse Inspiration zu bieten, weil ich glaube, wie gesagt, dass wir alle Antworten in uns haben. Dementsprechend ist meine ganze Arbeit danach ausgerichtet, von innen nach außen zu gehen und Inspiration hierfür zu bieten, durch verschiedene Techniken, Tools, Konzepte und so weiter. Aber es sind eben nur Techniken, Tools, Konzepte. Und du könntest auch, du bräuchtest mich gar nicht. Ja, es geht einfach nur darum, dass ich eine gewisse Inspiration biete. Diesbezüglich habe ich schon, ja, langjährige Erfahrung. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema. Und ja, es ist mir wirklich ein Anliegen und ich möchte es eigentlich auch in die Welt hinausschreien, dass jeder, jeder hat eine Berufung, einen inneren Ruf und eine Lebensaufgabe, Schrägstrich Lebensaufgaben. Und wie das Wort schon sagt, also dieses Gab, also Lebensaufgaben beinhaltet das Wort Gaben und Gaben kommt von Geben. Das bedeutet, auch hier wird nochmal ganz deutlich, es geht nicht darum, dass wir von außen etwas sozusagen aufnehmen, sondern nein, es geht darum, dass wir von innen etwas nach außen gehen, also auch hier von innen nach außen zu gehen. Ja, dafür stehe ich, so begleite ich Menschen. Und ja, das ist mein Herzensanliegen und eben meine Berufung sozusagen, andere Menschen auf ihrem Weg der Berufung zu begleiten. Und das tue ich mit ganzer Leidenschaft. Also das kann man sehen in meinem Blog oder ja, ich schreibe diverse Artikel und ganz viele Videos habe ich auch bei YouTube veröffentlicht. Also wenn man dieses Thema Berufung angehen möchte, kann man auf meinen Seiten recht viele Impulse dazu bekommen. Also ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich über ein Feedback von dir und wünsche dir alles, alles Liebe. Lebe deine Berufung zu deinem Wohl und zum Wohl der Gemeinheit. Denn du, genau du, bist das fehlende Puzzlestück, um letztendlich das Paradies hier auf Erden zu leben. Also ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao.